Meine Verehrung, ich hoffe, es fällt euch was auf. Das Internet fühlt sich wieder mal mit Weiß. Mit einem ganz speziellen Weiß. Und da kommt was, außer was ich so mag. Missverständnisse. Das ist das Schöne an uns Menschen, diese Missverständnisse. Und dann was passiert wie heute. Ich besuche meinen Kompagnon, den lieben Franz Löchinger. Und der Franz sagt, hörst Franz, fahren wir wohin. Steig ein ins Auto, wir fahren irgendwo hin. Wo willst du denn hinfahren? Und ich sage, fahren wir irgendwo hin, wo es schön ist. Der Franz sagt, passt und fährt los. Wir fahren, fahren und fahren. Und dann komme ich drauf, Missverständnis. Der Franz hat verstanden, fahren wir wohin, wo es Schnee ist. Jetzt stehe ich da im Wald, warte auf den Franz, weil der sucht noch einen Parkplatz. Andere Gegend, selbes Problem. Aber wir haben es schön. Bis bald mit mehr Musik. und berücksicht auf dem Blick. Untertitelung des ZDF, 2020